Hallöchen Freunde, Servus! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir sind hier angekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Stand der Dinge war. Genau, hier sollte unser Partyraum hin. Soweit ich das in Erinnerung habe. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Lager steht. Schon mit Boden, sehr schön. Hier wird fleißig gebaut. Auch super. Ah, genau, hier ist ja Arnie. Stimmt. Schön. Äh. Hier den Eingang wollte ich anders machen. Ich mache mal ein bisschen schneller. Wie plane ich das denn jetzt am besten? Hier ist noch wildes Chaos. Äh, Hühnerschlachtung findet statt. Junge. Okay. Okay. Wollt ich startieren? A-Text-Stab. Okay. Okay, hier wird richtig fleißig gebuddelt. Das finde ich sehr gut. Die Betten eigentlich schon... Nee, sind noch nicht zugeteilt. Besitzer wählen. Besitzer wählen. Oder noch. Ah, okay. Ah, nee. Neugeborenis. Okay. Boah, mach keinen Scheiß. Die Batterie geht hoch. Na, klasse. Alter, da habe ich einmal Strom und direkt schlägt ein Blitz ein und kaputt. Das muss ich irgendwie, äh, ein Dach drüber... Ah, gut, bringt nichts, wenn ich ein Dach drüber baue, ne? Ich habe keine Bauteile. Scheiße. Stahlschrott. Super. Ähm... Wer pennt denn hier? Gar keiner. Wer pennt hier? Gar keiner. Wer pennt hier? Für Gefangene. Okay, eigentlich haben wir nur noch Leute drin, die hier pennen. Das ist Ganggedi-Pent hier, ne? Genau. Na, mal Fuhr. Und Dina pennt hier. Reißen hier? Oder wie war das? Äh, ab... Nee, abreißen. Ja, der kann auch weg. Ja, weg damit. Dann haben wir hier auch wieder ein bisschen mehr Platz. Und dann können wir ja jetzt Stück für Stück so langsam anfangen, hier abzureißen. Lange Stähle. Okay. Was ist das? Okay. Der Boden kann eigentlich auch weg. Oberfläche glätten. Wo war das denn nochmal? Böden... Boden entfernen. Weg damit. Und weg damit. Sehr schön. Dann sieht das schon mal aus wie eine Weide hier, so ein bisschen wenigstens. Ja, ja. Oh, krass. Hier wird gebuddelt. Meisterwerk. Nito hat Mütze aus Stoff meisterlich hergestellt. Nice. Sehr gut. Das fluppt. Ich müsste hier noch Kunstwerke reinstellen. Oh. Überfall. Oh mein Gott. Brandbolzenwerfer. Oh, fuck. Bischop. Bergbau. Na ja, wäre nice, wenn ich überhaupt einen kriege von denen, ne? Die sind auf jeden Fall ziemlich übel. Was macht Eltex-Stab? Gut. Okay. Zawala. Fuhr. Du nicht. Nightshow. Luxemburg. Du darfst auch kämpfen, oder? Darfst du kämpfen? Nein, du darfst nicht kämpfen. Gabar. Darfst du kämpfen? Komm, du nimmst den Stab. So. Wima. Die müssen wir jetzt ordentlich wegkloppen. Ich hoffe, wir schaffen das. Okay. Auf, hier mit Gebrüll. Oh mein Gott. Oli hat, Oli lebt noch. Oli könnte Bergbau. Sozial und Intellektiv. Nightshow, geh auf ihn. Hey, warum trefft ihr den nicht? Schieß ihn ab. Auf ihn mit Gebrüll. Okay, tot. Äh, bumm. Fang ich Steinhauer. Jo. Der ist auch tot? Jo. Erlauben. Erlauben. Let's go. Brandbolzenwerfer ist natürlich auch mega geil. Okay. Huh. Das, äh, schlägt meine Dingels jetzt wieder zurück. Oh, der hat voll Löcher im Bauch. Ja, ja. Verwirrung. Batterien benötigt. Ja, ich weiß. Mensch. Was ist denn das? Trockenfutter. Okay, hier sind Mahlzeiten. Okidoki. Ähm. Ja, jetzt wird das erstmal alles wieder ein bisschen dauern, bis die alle so einigermaßen fit sind, ne? Ist natürlich scheiße. Jäger ohne Fernkampfwaffe. Wer ist denn hier Jäger? Pansetta. Weißt du was? Du holst dir erstmal... Kannst du die nicht nehmen, oder was? Fernkampf. Hä? Kann ich dir die nicht nehmen, oder was? Ach so, weil er aggro ist. Ach so, weil er aggro ist. Ah, ja, okay. Weil er aggro ist. Nahrung geht. Nahrung geht. Aber es ist ja auch immer einigermaßen fitter. Okay. 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 Das ist wichtig. Okay. Okay. Wir sind hier ja auch jetzt an. kürchen okay hier hat holz geholt Und Seda ist immer noch aggro, versteckt sich in den raum. Okay, nice, das läuft. Oh, hier ist auch Kapuzki. Da auch. Gibt es noch irgendwo Kapuzki? Ich glaube nicht, ne? Alle aggro hier. Was soll die Scheiße? Ich brauche auch dringend eine Putzkraft. Einfach nur ein Typ, der hier rumläuft und hinter allen Scheiß herputzt. Aber das lässt sich schon sehen. Ich lasse den erstmal hier alles frei buddeln, bis ich weitermache. Könnte ich eigentlich... Habe ich schon einen Künstlertisch oder so? Künstlertisch. Aufgabe hinzufügen. Lieberes Ab... Lieberales Abbild herstellen. Attraktivität 50. Das würde ja ordentlich hochschießen, ne? Das Attraktivitätslevel. Attraktivität. Hässlich. Ja, das machen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, fünf, zehn Stück. Äh, mach den mal wieder aus. Aufgabe... Kleine Skulptur herstellen. Du warst auch, ne? 50. Wiederhole, bist du fünf. Machen wir mal so. Ist vollständig geheilt. Okay, Pansella. Du nimmst jetzt einmal hier... Bewaffne dich mit Schrotflindeln. Jäger ohne Waffe. Okay, hier sind Zäune wieder fit. Was kostet eine Batterie? Äh, Strom. Batterie. Zwei Bauteile. Ich habe drei, ne? Zwei. Shitty. Zwei Bauteile nur, oder? Eine Bauteile. Drei. Vier Bauteile. Das heißt, ich könnte noch eine Batterie bauen. Erstmal. Ersteckt sich im Raum, Nitro. Forschung abgeschlossen. Geburtenkontrolle. Was war denn? Geburtenkontrolle. Ach, jo, der Raum. Wasserradgenerator. Nice, was es alles gibt. Hydrokulturen. Adlige Kleidung. Nee, adelige Kleidung wie formelle Hemden und Westen. Bierbrauen. Kakao. Drogenherstellung. Hafe. Kambalao. Kambalao. Junge. Äh, Sprengfallen, Löschschraum, Biosprit, Todesschlaf, Giftgenerator. Puh. Was es nicht alles gibt. Und wir machen erstmal Recurve-Bogen. Wir wollen ja sowieso alles herstellen. Wer bist denn du? 16 Teenager-Kriegerinnen. Sorry, sind alle am pennen bei mir. Ich hoffe, du bleibst noch bis zum nächsten Tag. Oh ne, Zawala lebt noch. Ah, ist wieder wach geworden. Zawala. Zawala. Kannst du mal kurz da handeln? Gucken, was der so... Oh, Bauteile. Ah, ne, hab ich nur, ne? Noch da war ja Verkaufen. Kräutermedizin. Hat er 11. Oder hab ich... Ne, ich hab 11. Ah, er hat 3. Der hat ja nicht so viel einen Großbogen. Der hat nicht viel Shit. Schade. Kann ich nichts von gebrauchen. Äh, ich muss ja erstmal gucken. Hier hab ich voll vergessen. Äh, der Typ. Gefängnis. Bekehren. Wir wollen ihn erstmal bekehren. Euli. So. Okay, hier wird gebaut. Hoffe ich. Hier wird schön hergestellt. Hier wird schön gebuddelt. Ah, sehr schön. Fuhr kümmert sich ums Baby. Wir buddeln hier erstmal die Räume fertig. Schoowima blutet. Warum auch immer. Was ist passiert? Prellung. Mensch, Faust. Hab ich schon zufällig eine Skulptur hier? Geh, ne? Geh, ne? Psylink-Neuroformer. Ein verbrauchtes Archotechgerät, das wir benutzen. Warte, da hab ich eigentlich, warte, ich wollte mal gucken. Bio-Fernkämpfer. Ja, der ist ein guter Fernkämpfer. Fuhr. Ja, haben wir. Kein Kampf. Kein Fernkampf. Gabar. Hatsisting. Vima. Ponseda. Okay. Ah, volle. Kleine Skulptur aus Sandstein. Montieren. Möchte ich mal da hinstellen. Mal gucken, ob das was an der Attraktivität, äh, Reichtum, Attraktivität, minus 4,82 abscheulich. Wenn ich da so eine Skulptur reinballere, ob sich das dann ändert. 4,82. Hupalat. Sorry. Minus, 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 minus 11. Okay, haben anscheinend alle Minus-Attraktivität. Minus 17. Stark verschmutzt, abscheulich. Sauberkeit, stark verschmutzt. Okay. Hier ist alles stark verschmutzt. Euli. 23. Wandert umher. Weiß'n dat? Eine Schlappmütze ist genau das Richtige, um einen Glauben auszudrücken. Berauschendes Leben fehlt. Ich sollte mein Bewusstsein verändern. Es ist nicht richtig, so lange nüchtern zu sein. Versucht durch Glaube an die Armee. Okay. Wen hab ich mir da fragil. Euli. Was? Euli hat eine dünne Haut und schwache Knochen. Er leidet bei gleich vielen Schlägen mehr Schaden als andere. Zu klug. Euli ist schlauer. Er lernt alles schneller. Okay, geil. Freundlich. Die Armee. Schweinehaut. Schweinehäute sind Mischwesen aus Mensch und Schwein. Sie sind robust und können fast alles essen, ohne krank zu werden. Aber ihre schweinefußartigen Hände verhindern präzises Arbeiten, da sie schlecht sehen können. Bevorzugen sie in den Nachhinein und haben eine starke Vorliebe für Explosives. Na ja, ich setz dich auf jeden Fall für Bergbau ein. Sozial und Intellekt. Für den Rest kann ich dich nicht gebrauchen. Und du putzt halt, ne? Wie verrückt bist du am Putzen? Gut. Ihr buddelt. Ein Raum ist schon mal wieder fertig. Ah, die Skulptur. Meine Attraktivität hat's jetzt nicht hochgekickt, die Skulptur, ne? Irgendwie gar nicht. Wachstumsrate. 15. Naja, egal. Ich bin zufrieden. Sagen wir mal hier so hin. Okay, Leute. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.